Semino Rossi zeigt sich in seinem neuen Musikvideo mit einem ehemaligen Playmate an der Seite. Semino Rossi, Playmate Doris Kempner, spielt in seinem neuen Musikvideo mit. Im vergangenen Jahr mussten die Fans von Semino Rossi, 61, einen langen Atem haben, denn 2023 kam keine neue Musik des Schlagerstars auf den Markt. Sein letztes Album »Heute habe ich Zeit für dich« veröffentlichte er 2022. Die Geduld der Fans sollte im Januar 2024 jedoch belohnt werden, denn Semino Relle aßte seinen neuen Song »Magische Momente«. Dazu veröffentlichte der argentinisch-italienische Sänger des Weiteren ein Musikvideo. Für jenes hat er sich hübsche Unterstützung von Doris Kempner geholt. Das Model war nicht nur 2007 Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel, sonderte war ebenfalls im April 2009 als Playmate im Playboy. Im Musikvideo zu »Magische Momente« ist die hübsche Österreicherin der Hingucker. Semino Rossi Die Fans zeigen sich begeistert von »Magische Momente«. Die Fans waren natürlich vollkommen aus dem Häuschen, als Semino Rossi nach über einem Jahr Pause endlich neue Musik auf den Markt brachte. Sogleich wurde der Rot-Sind-die-Rosen-Interpret dafür von seiner Fangemeinde belohnt. Unter seinem Musikvideo auf YouTube sammelten sich zahlreiche positiv gestimmte Kommentare, wie beispielsweise »Was für ein magisches, wunderschönes Lied«, »Es ist ein wirklich schönes Lied«. Wie eine warme, zärtliche Umarmung, mit diesem so emotionalem, und dennoch rhythmisch tanzbaren Lied, zeigt Semino Rossi uns wieder einmal mehr, welch großer und einzigartiger Künstler er ist, und wieder so ein wundervolles und gefühlvolles Lied. Deine unverwechselbare Stimme unterstrichen mit dem fantastischen Video. Von mir gibt's die volle Punktzahl. Na, diese Resonanz kann sich sehen lassen. Übrigens. In diesem Jahr soll endlich ein neues Album von Semino Rossi erscheinen. Allerdings ist bisher noch nicht offiziell bekannt, wann die neue Platte erscheinen wird. Es bleibt spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017